Hi Leute, willkommen auf meinem Kanal Electric Commuter. Ich bin Andreas und ich möchte euch heute diese Powerbank von der Firma Baseus vorstellen. Dieses Produkt ist mir kostenfrei zur Verfügung gestellt worden. Vielen Dank dafür. Das ist nicht die erste Powerbank von Baseus, die ich euch vorstelle. Ich hatte euch noch diese andere 20.000 mAh Powerbank gezeigt. Und natürlich die Blade Powerbank. Bei dieser Powerbank handelt es sich um eine 65 Watt Powerbank. Das heißt, sie kann maximal 65 Watt an einem Ausgang liefern. Diese hier kann 100 Watt liefern und diese hier kann maximal 25 Watt an einem Ausgang liefern. Dann schauen wir uns einmal den Karton an. Auf der Vorderseite ist das Produkt abgebildet. Es gibt hier ein Display. Oben haben wir mehrere Anschlüsse. Display QC3, also Quick Charge 3. Zwei Eingänge und drei Ausgänge. Und 20.000 mAh Batteriekapazität. Hier steht ganz genau drauf, welche Spannungen unterstützt werden. Und das war's. Ja, dann schauen wir einmal in den Karton hinein. Hier sehen wir den Inhalt des Kartons. Einmal natürlich die Powerbank selbst. Ein USB-C Ladekabel. Eine Garantiekarte. Und eine Anleitung. In der Anleitung gibt es auch einen Teil in deutscher Sprache. Hier ist noch ein Aufkleber drauf. An der Seite gibt es hier einen Knopf. Damit kann man sich den Lader schon angucken. Wir sind aktuell bei 37%. Ja, hier nochmal einen Größenvergleich mit den beiden anderen Powerbanks. Die ist tatsächlich am kleinsten von den Abmessungen. Aber dafür ein bisschen länger. Die Blade Powerbank, die ist natürlich die größte. Und diese hier, die hat hier nur dieses Balkendiagramm. Die ist die kleinste. Ja, die Kapazität ist bei allen drei Produkten die gleiche. Alle 20.000 mAh bezogen auf 3,7 Volt. Und auf der Rückseite ist auch immer die Angabe in Wattstunden. Das sind 74 Wattstunden. Das ist eine Größe, die man im Flugzeug transportieren darf. Da sollte es keine Probleme geben. Die meisten Airlines lassen mindestens 100 Wattstunden zu. Hier auf der Oberseite sehen wir die Anschlüsse. Wir haben zwei Lademöglichkeiten. Einmal über den USB-C Eingang. Das geht wahrscheinlich am schnellsten. Oder über den Micro-USB Eingang. Dann haben wir zwei Ausgänge. Das sind USB-A Ausgänge mit einer Maximalleistung von 30 Watt. Und ein USB-C Ausgang. Der ist gleichzeitig Ein- und Ausgang. Da können maximal 65 Watt entnommen werden. Laden kann man die Powerbank über den USB-C Eingang mit maximal 60 Watt. Ja, dann möchte ich die Powerbank gerne einmal aufladen. Dazu nehme ich hier dieses intelligente Kabel von der Firma Baseus. Und als Kontrolle hier mein Messgerät. Ich habe einmal ein 65 Watt Ladegerät von der Firma Baseus. Und ein 100 Watt Ladegerät. Am 100 Watt Ladegerät. Das habe ich jetzt angeschlossen. Und jetzt geht die Leistung hoch. Wir kommen bei 53 Watt an. Die Prozentanzeige hier, die ist am Blinken bei 39%. Und mein Messgerät zeigt mir eine Spannung von 19,8 Volt und einen Strom von 2,76 Ampere an. Jetzt schließe ich das Ganze an das 65 Watt Ladegerät an. Auch hier stellen sich 52 Watt ein. Und auch hier haben wir eine Spannung von 19,6 Volt und einen Strom von 2,76 Ampere. Im Vergleich dazu, wenn ich das gleiche mit der Baseus Blade Powerbank mache, die kann man mit 65 Watt laden. Ja, bei der Blade Powerbank stellen sich 63 Watt ein. Ich habe allerdings tatsächlich bei dieser Powerbank, wenn sie ganz leer ist, auch schon die 65 Watt gesehen. Hier haben wir eine Spannung ebenfalls von 19,8 Volt und einen Strom von 3,3 Ampere. Ja, dann kann ich jetzt die eine Powerbank nehmen und die andere Powerbank zu laden. Auch hier stellen sich 63 Watt, eben waren es kurzzeitig sogar 64 Watt ein. Ein Strom von 3,34 Ampere und eine Spannung von 19,8 Volt. Das heißt, damit hat man schon fast die 65 Watt erreicht, die der Hersteller angibt. Beim Laden waren es jetzt 52 Watt. Das hängt natürlich davon ab, wie voll der Akku gerade ist. Ich möchte die Powerbank jetzt gerne dazu nutzen, um mein Handy aufzuladen. Mein Handy hat aktuell einen Ladestand von 18%. Zum Aufladen habe ich mehrere Möglichkeiten. Es gibt zwei USB-A-Anschlüsse und einen USB-C-Anschluss. Beginnen möchte ich mit dem USB-C-Anschluss. Ich habe hier ein intelligentes Kabel von Baseus, das die aktuelle Leistung anzeigen kann. Also es wird blau, das heißt, wir sind im Superschnelllademodus. Und die Leistung geht hoch. 17, 19, 21, 22. Oh, das ist tatsächlich für mein Handy ein richtig guter Wert. 22 Watt. Mein Handy wird jetzt also mit, okay, jetzt geht es runter, aber irgendwann 22 Watt geladen. Sagen wir 20. Die Powerbank hat an der Seite eine Taste. Da sehen wir einmal den Ladezustand, 99%. Das ist die Spannung, 9,3 Volt. Und der Strom 2,0, 2,1, 2,2 Ampere. In dem Bereich hält sich das auf. Mein Handy zeigt mir an, dass es in einer Stunde vollgeladen ist. Es hat sich bei 19 Watt eingependelt. Als nächstes probiere ich das an dem USB-A-Anschluss. Auch hier habe ich ein intelligentes Kabel von der Firma Baseus mit 66 Watt Maximalleistung. Die Anschlüsse können, glaube ich, 30 Watt liefern. Ich stecke das Kabel einmal rein. Diesmal sind wir im Schnelllademodus. Das zeigt der grüne Kreis an. Die Leistung geht hoch. Und wir laden aktuell mit 9 Watt. Eine Stunde 31 Minuten, also eine halbe Stunde länger dauert das Ganze. Ja, warum es nicht mehr ist. Ich habe durchaus schon mal bessere Werte bei USB-A gehabt. Dann probiere ich das Ganze am anderen Anschluss. Hier kommt das Gleiche dabei raus. Eineinhalb Stunden dauert es und 9 Watt. Ich habe gerade mal auf die verfügbaren Ausgangsspannungen geguckt. Theoretisch müsste es auch möglich sein, auf 9 Volt zu kommen. Wobei das Ganze dann beschleunigt werden würde. Warum es jetzt hier nicht funktioniert, kann ich leider nicht erklären. Auch hier sind wir wieder bei 5 Volt. 1,7 Ampere. Ja, ich hatte die Vermutung, dass es eventuell am Kabel liegen könnte. Jetzt habe ich mir nochmal ein etwas einfacheres Kabel gesucht. Und wenn ich das Ganze jetzt anschließe, dann sind wir wieder bei grün. Schnell laden. Allerdings dauert es jetzt nur 56 Minuten. Es geht also eine halbe Stunde schneller. Und tatsächlich, wenn man jetzt hier auf die Spannung umschaltet, sind wir bei 9 Volt und bei 1,5 Ampere, 1,6 Ampere. Das ist deutlich schneller als eben. Ja, hier in dem Kabel ist ein Mikroprozessor drin. Die Geschwindigkeiten werden ermittelt, indem sich die Powerbank mit dem Handy unterhält. Und da ist es jetzt hier in dem Fall so gewesen, dass der Prozessor, der hier drin vorhanden ist, störenden Einfluss gehabt hatte. Trotzdem geht es mit dem USB-C Kabel immer noch ein bisschen schneller. 10 Minuten hier in dem Fall. Ja, als nächstes werde ich die Powerbank natürlich ordentlich testen. Ich werde die einmal komplett entladen und danach wieder aufladen. Dazu nehme ich hier diesen verstellbaren Widerstand. Den kann man auf 1 oder 2 Ampere einstellen. Ich stelle ihn immer auf 1 Ampere und damit lasse ich die Powerbanks dann komplett einmal entladen. Das Ganze kann ich mit diesem Messgerät hier aufzeichnen. Ja, was dabei rausgekommen ist, das seht ihr jetzt. Bei meinen Tests, da hat die Powerbank sehr gut abgeschnitten. Beim Laden habe ich 83 Wattstunden aufwenden müssen. Das sind 112 Prozent, innerhalb der 15 Prozent. Alles in Ordnung. Auch beim Entladen 63 Wattstunden, auch innerhalb der 15 Prozent. Es ergibt sich ein Wirkungsgrad von ca. 76 Prozent. Laden konnte ich mit 55 Watt innerhalb von 1 Stunde 47 Minuten war die Powerbank vollgeladen. Das ging sehr schnell. Beim Entladen hat die Powerbank 14 Stunden 25 Minuten durchgehalten. Das ist auch eine ganz gute Zeit. Die Powerbank bietet die Möglichkeit, dass man mit 65 Watt maximal Geräte auflädt. Das ist auch ein sehr guter Wert. Beim Laden meines Handys, da bin ich auch in den üblichen Bereichen gelandet. Beim USB-A-Laden, da bin ich mit 13,5 Watt ein bisschen langsamer gewesen. Aber das kann verschiedene Ursachen haben. Hier sehen wir andere Powerbanks, die ich testen konnte. Von diesen Solar-Powerbanks da oben würde ich euch auf jeden Fall abraten. Die Aufladezeiten und die Endladezeiten, die sind sehr hoch. Die Baseus-Powerbank da unten, das ist meine Haupt-Powerbank, die ich benutze. Die hat 100 Watt. Die ist noch eine Stufe besser als die 65 Watt-Powerbank. Ja, dann hatte ich noch diese Powerbanks hier. Die oberen beiden sind von Baseus. Die haben auch sehr gut abgeschnitten. Die untere, die ist eigentlich auch in Ordnung. Nur leider behauptet der Hersteller, dass hier genau die 100 Watt ausgenutzt werden. Was leider beim Nachmessen nicht der Fall war. Das ist genau wie bei den anderen eine 20.000 mAh Powerbank. Ja, soviel zur 65 Watt-Powerbank von der Firma Baseus. Ich finde, das ist wieder mal ein sehr ordentliches Produkt. Ich würde mich natürlich wie immer über ein Like und ein Abo freuen. Und dann sieht man sich beim nächsten Mal. Ciao! Ciao!